Hallo Hockey Deutschland, hallo liebe Hockey Familie, mein Name ist Mo Fürste und ich bin ready to go. Der Abflug nach Indien steht kurz bevor, aber bevor ich losfliege, habe ich noch eine wichtige Meldung abzugeben. Und zwar ist mir gestern aufgefallen, dass der UAC nicht mal unter dem Top 5 bei den Unterstützern von Eckgeschoss Gold liegt, was die Vereine angeht. Und das kann nicht wahr sein, wir sind doch sonst immer Zweiter. Also lasst uns weiterkämpfen, liebe UAC, kauft die DVB, denn wir wollen diesen zweiten Platz uns erarbeiten. Und ich werde das jetzt auf dem Weg nach Indien nochmal direkt machen. Ich werde mir nochmal ein, zwei bestellen und Leute überreden, das zu tun. Also kämpft mit mir und an alle anderen in Hockey Deutschland. Ich hoffe, ihr wollt nicht auf den hinteren Plätzen versauern. Unterstützt dieses geile Projekt, das wird ein richtig cooler Film für uns alle. Und ja, wenn wir es geschafft haben, werden wir aber gemeinsam uns anschauen und uns freuen, dass es sowas auch im Hockey Sport gibt. Also ich muss los, ciao.